Okay, scheiß drauf, gönnt euch die ganzen Ressourcen, ach ne, bringt auch nix, wir haben viel zu viel Gold, viel zu viele Ressourcen, wir haben viel zu viel von allem. Äh, alter, jetzt gibt mir endlich die scheiß Energie. Und ich hab schon wieder keine Worker, warum hab ich schon wieder keine Worker? Okay, weißt du was, pfeift drauf, zieht euch zurück, aus Süden kommen sie. Das da oben ist ärgerlich, also, ja gut, der kommt klar, vielleicht stelle ich dieses Geschenk doch lieber hier unten irgendwo auf, die Frage ist nur, wo steht's am sinnvollsten? Vielleicht doch da oben. Achso, nee, halt. Toll, da kann ich nix reinstellen, das ist super. Äh, aber wir könnten uns nochmal mehr scharfschützen können, nein, können wir nicht. Machen wir das halt so. Kann ich jetzt vielleicht endlich mal ein Kraftwerk erforschen? Ja, Powerplant. Den kann er nicht angreifen, was willst du? Der ist doch voll in Reichweite. Ja, okay, jetzt haben wir andere Probleme. Jetzt haben wir grad ganz andere Probleme. Wo werden die uns treffen, hier oder hier oben? Ich glaube, dass die sich aufsplitten. Ja, ja, da unten kommt er. Also doch eher von der Seite. Halt, Micromanagement, da ist ein Quetzack. Weg mit dem. Da ist noch einer. Ja, ihr drei, ihr könnt da unten stehen bleiben. Ich glaube, da stelle ich jetzt dann einen Tower hin. Ich belasse es vorerst mal nur beim Holz Tower. Ich will jetzt keine Steintower erforschen. Ein schöner Tag zum Sterben. Ja, da sagst du was. Ich weiß schon langsam nicht mehr, wohin mit den ganzen Kraftwerken hier. Das ist ja furchtbar. Wenn ich hier oben irgendwo noch eins hinstellen. Auch nicht wirklich. Ja, das ist schon so ein bisschen doof. Okay, es hilft nicht. Wir müssen hier unten den Platz erobern. Wir könnten ein Kraftwerk bauen. Also ein echtes Kraftwerk dieses Mal. Aber ich möchte ja zuerst. So. Jetzt pass mal auf. Jetzt holen wir uns den Sektor hier. Dann können wir hier endlich mal ordentlich. Ja, dann haben wir hier nämlich nochmal einen ganz guten Perimeter. Da fange ich gleich mal an mit dem Expandten. Ich stelle mal da einen Tower hin. Und hier einen Tower hin. Mädels, geht da vor und räumt auf. Dann können wir hier nämlich mal aufmachen. Dann können wir auch die Tussi hier dazustellen. Und die hier ebenfalls. So, die schicken wir auch mal da hoch. Einfach nur als Backup-Sicherung. Und dann holen wir uns den Part hier. Dann machen wir hier zu und hier zu. Also hoffe ich zumindest, dass das geht. Tag 62. Die Frage ist, wo stelle ich eine Mühle hin? Schließe ich hier eine hin? Wir brauchen Worker. Okay, für Worker brauchen wir Energy. Was brauche ich für ein Kraftwerk? Worker. Klar. Logisch. Warum auch nicht? Warum sollte man auch was anderes bauen? Wieso? Also das ist doch hier nicht... Das kann doch jetzt so nicht wahr sein. Merf! Bevor ich das nächste Village of Doom angreife, werde ich aber definitiv hier erst einmal die Situation absichern. Okay, ihr könnt da wieder weg. Nein! Ich brauche erst hier die... Dinge sind... Gebt mir Energie! Scotty! Schnell! Ich brauche Strom! Toll, ich habe so viele Ressourcen. Ich weiß nicht, wohin damit. Äh, pass mal auf. Foundry. Wir können doch bestimmt gerade Sachen erforschen. Wir könnten jetzt hergehen. Eine Oil-Plattform könnten wir erforschen. Haben wir hier noch was? Nein, haben wir hier noch was? Shocking Tower! Ja, 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 ja. Shocking Tower. So, Eisen, gerade mal raus. Ja, ich verkaufe es jetzt vollständig. Was soll's? Query. Wir brauchen Worker. Upgrades laufen. Energie fehlt wieder. Dann holen wir uns als nächstes jetzt ein Kraftwerk. Zeit wird es jetzt mal. Äh, ja, komm, ich platziere es jetzt einfach mal da so. Ach, da unten. Ja, 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 da wollte ich ja eigentlich eine Balliste hinstellen. Hm, blöd. Ich muss den Tower nochmal verschieben. Hilft nicht. Ja, 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 ja. Ach, nee, jetzt triggern wir da das Village of Doom, oder was? Äh. Äh, ja, alles klar, hab schon gestanden. Alles klar. Die müssen da hoch. Sowas ärgerliches. Ach so, nee. Kraftwerk baut er ja schon. Ähm. Der kann weg. Der kann weg. Der kann weg. Okay. Dann hätten wir hier nämlich wieder Platz zur Verfügung für weitere Häuser. Apropos, wir können... Nee, können wir nicht aufrüsten. Weil uns der Strom fehlt. Energy, Iron. Iron. Iron fehlt. Okay, Queries. Jetzt lass mich mal ganz kurz die Sache hier analysieren. Wenn ich da einen rein stelle, dann hätten wir hier... Fünf Stein, drei Eisen. Vier Eisen. Also egal, wo ich ihn postiere, ich krieg vier Eisen hier drüben. Oh, sechs Steine. Oh, sechs Steine. Das würde mich schon eher interessieren. Da geht aber das hier nicht. Oder ich stelle den da rein. Den da... Den da... Oh, das ist blöd, weil das geht gar nicht. Wenn ich den da platziere, dann kann ich da keinen mehr hinstellen. Ach so, das geht sowieso nicht wegen dem Ding. Aha. Ja, dann... Wäre es eine Überlegung, hier eine zu platzieren. Da holen wir eh das Maximum aus diesem Eisenfeld. So, pass auf. Dann geht der bis da hin. Und dann könnte ich da einen platzieren. Oder? Ja, 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 nee, genau. So, und dann einen da so hin. Genau. Nee, ergibt Sinn. Da drüben könnte man natürlich auch noch einen hinsetzen. Fünf... Fünf Stein plus zwei Eisen. Oder sechs Stein. Ja, pushen wir mal... Pushen wir mal das Eisen ein bisschen mit. Seid ihr jetzt fertig da oben? Ja, das wäre selten. Da oben schon. Wir müssen jetzt hier irgendwas auch prähen. Das hilft nicht. Wir brauchen mehr Worker. Ah, was für eine Katastrophe. Was für eine Katastrophe. Haben wir eigentlich hier... Da steht noch so ein einsamer Scharfschützer. Weiß nicht, was er tun soll. Nice Target. Attention. Building completed. Great. My rifle is ready. So, Holz ist komplett voll. Was könnten wir denn noch bauen, was Holz frisst? Lass mal kurz gucken. Warehouse. Ja gut, das frisst nicht so viel Holz, aber... Hier ein Warehouse drin... Wäre natürlich der Oberhammer. Weil das hier diese ganzen Queries fördert. Und da unten nochmal Nahrung. Ja, doch, finde ich gut. Nimmt uns zwar einen Haufen Platz weg für weitere Wohngebäude, aber... Was soll's. So, dann können wir hier nochmal durchjagen. So, ich sammle jetzt mal alles auf. Auch wenn das Holz gerade voll war. Ich weiß, war nicht optimal. Aber ich glaube, das wird dann eh verkauft. Schau mal, jetzt haben wir wieder so viel Gold. Foundry forschen, 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 forschen. Äh, Engineer Center hätte ich ganz gerne. Da haben wir die Steintower, interessiert nicht. Da haben wir die Traps, interessiert nicht. Das ist also durch. Können wir irgendwo Gebäude aufrüsten? Den können wir aufrüsten. Gut, aufrüsten. Den aufrüsten. Den sollten wir ebenfalls mal aufrüsten. Wie schaut's denn da bautechnisch aus? Oh, Baureichweite ist für'n Arsch hier. Gelinde gesagt. Ganz gelinde gesagt ist die Baureichweite hier doof. Kann ich eigentlich eine Ölplattform da mal hinstellen? Macht aber eigentlich noch gar keinen Sinn. Es macht überhaupt keinen Sinn. Und irgendjemand hat in den Kommentaren auch mal gemeint, es rentiert sich nicht, eine Ölplattform zu bauen und dann das Öl zu verkaufen. Da zahlst du mehr drauf bei einer Ölplattform. Nee, und vor allem, es sieht auch momentan sehr schlecht aus mit unseren, mit unserer Economy. Ja, jetzt ist es wieder Nahrung. Ähm. Naja, die drei reichen erstmal. Hm, okay. Da drüben wieder, ne? Ja, genau. Weil die Ballista so blöd platziert ist, die Stellung hier generell ist ziemlich bescheiden. Auch was die Baureichweite betrifft, da müssen wir irgendwie weiter vor. Und wir müssen auf die Energie aufpassen. Äh, warte mal. Wir können ja hier... Kann ich hier vielleicht das Holz-Income nochmal... Ja, plus 13. Komm, das gönne ich mir. Hier plus 16 Nahrung. Mehr geht da nicht. Okay. Äh, Queries. Können wir hier noch irgendwo Queries hinstellen? Nicht wirklich. Das haben wir komplett ausgereizt. Ja, okay. Dann sieht es jetzt ressourcentechnisch mal gar nicht so schlecht aus. Die Foundry ist auch fertig. Dann können wir da mal sagen... Advanced Query, Advanced Mill lohnt sich nicht wirklich. Halt, stopp. Engineer Center. Und ein Shocking Tower. Äh, ja. Ich weiß schon genau, wo ich den hinstelle. Jetzt müssen wir nur warten, bis da oben dieser Run weg ist. Ich weiß schon genau, wo ich den Shocking Tower hinstelle. Oh Gott. Komm schon. Ja. Ja, da kommt er eh nicht weit. Weißt du was? Den rüsten wir mal auf. Den rüsten wir mal auf. Aber allzu viele davon sollte ich mir vorerst nicht gönnen. So, was wohin? There are enemies too close. Ah, blöd. So, dann schenken wir da ein paar Truppen hoch. Dann können wir hier zumachen. Ich würde hier ganz gerne Shocking Tower reinstellen. Sollen sie doch kommen, die blöden Viecher. Aber mit dem können wir hier definitiv was ausrichten. So, kann ich jetzt hier... Ne, es geht nicht, weil die zu nahe sind. Shocking Tower geht eh gerade nicht, weil wir keine Worker mehr haben. Irgendwo habe ich einen Spitter gehört. Und die Stellung hier, die gefällt mir auch nicht wirklich. Ähm. Ja gut, die können wir aufrüsten, wenn es soweit ist, wenn wir es brauchen.